ja leute ein herzerfrischendes moin moin was geht ab hier ja leute moin moin wir sind gerade im erntestress klingt komisch ist aber so leider ist der server kaputt deswegen muss mir ausweichen auf die nordfriesische marsch aber hier gibt es immer was zu ernten hier habe ich so viel vorgearbeitet normalerweise müsste jetzt auch gleich ein drescher mir vorbeifahren da kommen wir auch gesehen schatten wir ernten nämlich hopfen was hopfen genau leute es war hopfen wir ernten hopfen justen zweiten tank drauf bekommen 88 28 ich weiß nicht keine ahnung jemand ausspricht leute dass mir mit minim gewicht und dem fliegel vierachser natürlich wer hat er kann der leute und ich kann schon geiles dingen der fliegel als wie gigant hier war sind das so merkwürdige bilder ich genau ich wollte gucken ob man das auch häxen kann anscheinend kann man es echt nicht häxen ne leute wir können es anscheinend echt nur drescht aber macht ja nix wenn wir das mit so einem gebissen ne mit so einem hätten das auch nicht ändern können aber es scheint ja wirklich in echt auch wohl so runtergerodet zu werden wo ist mein drescher ist ja schon wieder da vorne fährt da leute was und katze maus spiel ja man soll den fahrzeug wo jetzt bleibt das stecken jetzt blieb stecken jetzt muss ich doch tatsächlich noch selber eben anfangen zu dreschen das ist ja nicht ganz so dramatisch platz dahin haben wir genug gelassen selber eben einmal rumfahren auf jeden fall kommt von dem kram gut was zusammen alter schwede aber das blüht mich auch nicht wenn du ganz dann nur so eine grüne wand vor dir hast ich meine beim maizex ist ja schon schlimm aber so und drescher ist eigentlich richtiger panzer und der verschwindet einfach mal komplett schon wieder kuckelis egal moin frau zirkusbesitzerin so hebt wie doch arbeit satt hier ne auch wenn es nicht klappt klappt irgendetwas anderes ne ist einfach so wenn es nicht klappt klappt irgendetwas anderes hier erstmal piraten platt fahren wo der schiff da die piraten plattform tun tun fertig weckte mit so ein bisschen abstand ja leute fällt euch auf ich habe ein ja ich habe eine leute nicht wundern ich habe spät schickt ich bin ganz tag jetzt müde 34 gleich gleich ist wieder arbeiten und ich habe eine tierische motivation das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen das können wir einfach nicht vorstellen ist echt nervig jetzt im moment ehrlich klang meine youtube-garriere aufbauen dann habe ich schmerzen was soll das denn was ist das denn nein leute ist gut bleibt nicht aus ne gefällt euch das denn so mit meinem green screen green 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 screen oh ich habe es nicht bekommen ja ich komme doch gleich mein gott noch mal ja das war die frau mama so war der jetzt kriegt jetzt meine jetzt kriegst du erstmal soll das erste war nun versuche jetzt bist du live im video nachher auf youtube also fraulein ja 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 einschneider aussieht eigentlich wieder Leute, das ist richtig geil. Die hat so ein paar Tage jetzt geschneit, ey. Wir haben schon Hoffnung auf weiße Weihnachten. Oh, ja, ich war ein bisschen tröge. Jo, jo, jo. Nee, es gibt nur Regen heute Nachmittag. Schade. 84 Prozent, oder was? Ach hier, Christian hat mir noch einen Trick gezeigt. Einsteigen und 84,1. Ja, da geht noch ein bisschen. Geiler Panzer, oder? Bei 20 Prozent tanken wir noch mal ab, dann haben wir ab. Wir müssen das ungefähr hinhauen. Oh, der hupft aber ganz schön, der kleine Drescher, ne? Boah, da sieht so ein Baby-Scheiß aus. Was für die, der Siko-Hof. Oh, vorne voll machen. Ja, Leute, aber ich würde sagen, in diesem Sinne sollte nur ein gutes Video werden, warum ich jetzt Videos mache. Ja, ich habe Spätschicht. Ich schlafe morgens etwas länger wie normal. Habe jetzt ein Green Screen, den geilen von Elgato. Elgato Gaming. Passt so gerade hier rein, ne? Guck mal, wenn ich jetzt so ein bisschen hier dran... Ne, die Seite war es? Eigentlich nicht so weit. Ne, nicht ganz. Ich glaube, es klappt nicht ganz. Ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt kaputt machen. Doch, da sieht ihr es. Passt so gerade in mein Zimmer, das Ding, ne? Ja, jetzt ist Mittag angesagt. Mutti schreit schon. Wir haben auch gleich, hoffe ich mal, irgendwie fünf Minuten oder so rum. Auf jeden Fall, Leute, schreibt es mir doch in meine Kommentare, ob ihr jetzt, während ich Spätschicht habe, morgens eine Stunde ein Video sehen wollt von mir oder eine halbe oder zehn Minuten oder so Kurzfilmchen wie jetzt auch, so ein bisschen Blablabla Blödsinn erzählen oder Blablabla, was weiß ich. Habt ihr auf sowas Bock oder nicht, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, das soll es denn für heute auch wirklich gewesen sein. Es ist 20 nach 1 und ich muss noch essen und um 2 muss ich arbeiten. Also, Leute, macht es gut. In diesem Sinne, lasse ich es einmal noch laufen. Verrückte Leute sind da, die hier. Ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.